BAM 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 BIA BELLA MARIA! Jawoll Leute! Was geht ab? Wir sind heute so motiviert zu unserem 16. Alles Jute zum Jo-Ohja-Machala. Rein in die Ohl. So wie ihr gesagt habt ein 16. Video auf unserem Kanal. Der 16. 24xmahri xmahri surprise kalender. Ihr wisst das. Und wie schon gesagt bei den letzten Videos. 15 Produkte, heute ist der 16. Produkt. Eines war gar nie vorhanden im Kalender. 13 waren abgelaufen. Eines nicht. Der Beutel. Und rein in die 16. Tücher. Ja hier ist der 16. Oha. Da ist noch was drinnen. Vielleicht war das, vielleicht das eine Produkt. Ja das war 100%ig das eine Produkt. Passt das, erklären wir später. Zuerst einmal Null Sugar Zero. Cola Zero. Da haben sie wieder gespart. 0,25. Und? 2.20. Ja das nächste Produkt was abgelaufen ist. Danke für die Produktbezieherung. Das schicken wir alle mit zurück. Samt offenes Cola. Ja. Ja. Dankeschön. Rein in die Olga. Ja schmeckt wie abgelaufen. Fortnight Getränk. Der große Big Bar Papo. Das schmeckt, das schmeckt aber wirklich abgelaufen. Wah. Wah. Also das schmeckt echt beschissen. Das schmeckt echt abgelaufen. Also das schicken wir offen zurück. Dankeschön Amazing. Ihr bekommt das Produkt zurück. Nun zum 13. Nun zum 13. Produkt. Es ist natürlich um 0.18 Uhr abgelaufen. Steht kein Ablaufdatum. Es hört sich recht abgelaufen an. Bin, 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 bin. Jetzt habe ich keine Preise. Ja. Da probiert er mir das 13. Produkt. Bruder Mutten. Das sieht schon so scheiße aus. Das möchte ich gar nicht kosten. Ja, es schaut. Sieht man es? Fokussiert? Ja, es schaut einfach nicht gut aus. Nein. Zum Test müssen wir trotzdem einmal runterreißen. Was ist das? Was? Sieht aus wie ein Maden drinnen. Schau mal. Stell dir vor, das sind Maden. Ja, das 13. Produkt haben wir auch getestet. Es hat gut geschmeckt. Es war sehr gut. Es war vielleicht ein bisschen abgelaufen, aber sehr gut. Ja, dann frohe 16. Weihnachtstag. Dankeschön auch. Ihr da hinten. Und heute ist der 16. dran zum Abonnieren. Also wer sich angesprochen fühlt, darf gerne den Abonnier-Button vergewaltigen heute. Aber nur ausnahmsweise heute, weil heute der 16. Weihnachtstag ist. Ja! Ja, das war's mit dem Video. Das war's mit dem X24-Mail-X-Besisten-Preis-Kamera. In diesem Sinne, dankeschön fürs Zuschauen. Na, da geht die Mandy. 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 Vielen Dank.